herzlich willkommen von womadventure ja diesmal gebe ich euch einen einblick in die marokkanische kultur ein bisschen wie sie hier leben von was sie leben und ja wir schauen da ein bisschen tiefer rein auch ja zu einer einzelperson gehen wir und ja ihr seht also ich wünsche euch viel spaß ja am schluss gibt es noch ein bisschen sand zu sehen sand fahren und ein vogel darf auch wieder fliegen und der ist natürlich nur auf mich gerichtet ein paar schöne aufnahmen viel spaß beim schauen und bis bald ich bin unterwegs zur altstadt und bin jetzt hier auf einer hohe ebene und guckt euch das an ein riesen palmenhai da unten noch ein reservoir und da ist eine der altstädte es hat glaube noch mehrere hinter noch so da gibt es ganz viele weiß gekleudete frauen vielleicht eine spezielle glaubensrichtung in dieser ecke wunderschön hier wurde alles renoviert wie so eine musterstadt also herrlich da müsst ihr mal hin wie wie fidschi oder so schon wieder vergessen wie es heißt man kann sich hier recht verlaufen ich bin jetzt mitten in nicht so neben gassee und überall diese wasserkanäle unglaublich als die geschaffen haben einfach irgendwie durch also das ist wie ein labyrinth mal schauen ob ich wieder rauskomme du hier geht es nicht weiter gut zum glück andere weg gefunden davon ist auch ein haut da also gibt es hier noch ein ausgang so hier ist wohl das zentrum ein platz mitten in diesem labyrinth hier gibt es ein haufen kaffee für die die hause brauchen wir laufen jetzt einen anderen weg wieder zurück also es ist der wahnsinn diese berber kultur erstreckt sich von marokko bis rüber in den iran weil ich da eigentlich auf dieser nostreise ziemlich vieles identisches gesehen habe diese lehm häuser es ist ja fantastisch und auch google versagt hier komplett diese das diese gasse zum beispiel ist nicht in google drin also diese stadt hat riesenpotenzial als grüne stadt zu werden weil viele sind hier mit dem fahrrad unterwegs die mofas noch abschaffen dann ist das die absolut grünste stadt wenn euch das gefällt hier war ich schon mal das ist vermutlich ein altes passe und das kennt da war ich schon mal jetzt geht es wieder zurück wunderbar wir fahren auf einen anderen platz weil hier ist gerade die hölle los gegen religiöses fressen keine ahnung was da los ist vielleicht wegen palestina könnte sein ich weiß ich bin jetzt weitergefahren ich stehe jetzt gerade in burfa und frühstücke da jetzt habe ich eine ältere frau zum tee eingeladen und das nehme ich jetzt gern an jetzt gehe ich zu ihrem haus so da wartet sie schon das ist ihr haus ganz schön gemacht wunderbar also du hunde sind durchaus auch mal willkommen es ist nicht überall so dass die leute hunde nicht mögen es gibt auch andere aber interessant so haben wir damals in den siebzig jahren gelebt würde ich mal sagen ja wer hätte das gedacht ich wollte eigentlich nur kurz pause machen und bin da ein bisschen rumgelaufen und treffe diese frau und sie war sehr interessiert und habe mich gleich eingeladen sie hat mich gefragt ob ich zucker will dann hat sie zwei riesen klötze das ist ein typisches marokkanische kultur das war's wasserhand tropft also einmal drunter jetzt habe ich sie gerade gefragt wie viel rente eine person kriegt in marokko sie hat gesagt zwischen 3000 4.000 dirham das sind also drei bis 400 euro und von dem müssen sie leben so ich habe sie noch gefragt strom und wasser was das kostet sie hat gesagt etwa 250 dirham sind also 25 euro strom und wasser also das ist günstiger und sie hat auch gesagt ihnen zu zweit ihnen reicht diese drei bis 400 euro und das Haus ist ja ihnen und sie brauchen nur für medikamente und zum essen und sie ist zufrieden damit also seid mal zufrieden da drüber nach der anderen seite dieses kontinents fast jetzt mal einen einblick in eine familie in marokko wie sie leben interessant fand ich dass sie allein als frau mich reingelassen hat ja was normalerweise im islamischen glauben gar nicht geht aber marokko ist ja liberal und nicht alle haben so einen strengen glauben war schon speziell da liegt also schon bereits sand auf der strasse heute bin ich über 200 kilometer gefahren jetzt bin ich in bautnip 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 so was hier ist so sieht das aus gemüse abteilung jetzt muss ich noch geld holen als leckere sachen jetzt habe ich ihn mal im markt nach den tomatenpreisen gefragt ja ziemlich viel händler gefragt und die kosten zwischen fünf und das höchste wort zwölf dirham also je nachdem touristische preise oder normale preise je nach händler aber es muss ich auch sagen es gibt auch verschiedene tomaten sorten und manche sind natürlich auch ein bisschen teurer wie die anderen so jetzt habe ich gemüse eingekauft und zwar halbes kilo aubergine kilo tomaten kilo banane plus das teil hier noch für insgesamt 33 dirham das sind etwa drei euro 30 also immer noch gute preise ja ich dachte die brechen ab weil sie schon nachmittag an drei aber nein die stellen alle auf ich schätze mal der markt ist offiziell ab morgen mal in einen marokkanischen camping hier und schauen uns den mal an hallo ich folge dich schon seit jahren auf youtube ok schön hallo ich bin der toni aus dem aargau aus dem aargau von dir habe ich gehört du bist in im fisch wie heisst da an der algerischen grenze bist du warst ja habe ich schon erfahren von wem weisst du das einfach keinen haufen leute schauen wir uns mal einen markt an mitten im zentrum im dorf da gibt es auch gemüse und fleisch gibt es ok das ist nicht echt aber da hinten also das fleisch wird immer aufgehängt damit man sieht wer was verkauft so läuft das hier die farbe ist immer weissrot der herr wollte gefilmt werden naja ich habe hier aufmerksamkeit offenbar ja und während ich rein ging mussten meine zwei wölfe draussen bleiben denen kann ich das sagen und die wissen das aber es riecht natürlich lecker bei den metzger so jetzt sind wir am gleichen gebäude aber von aussen also das ding wird geschlachtet und da muss es offenbar sofort verkauft werden sonst ist es verdorben schätze ich mal so sieht das aus so typisch marokko vor allem wie man es von früher kennt nicht aufgepimpt in der mitte ein schöner park der durch das zentrum geht das schöne hier in marokko es gibt ganz viele kleine shops läden und hier ein friseur ein barbershop ein barbershop sehr elegant gemacht muss ich sagen das fällt gerade auf das war natürlich ein barbershop habe es falsch gesagt wie meistens und eben überall sind läden klein eine rechts der gehört zusammen aber es sind immer kleine und so leben die manche hier ja so jetzt gehen wir mal in einen imbiss einen typischen marokkanischen imbiss und da sind sie am kochen zwischen in Deutschland in Deutschland wier otschi ольшin schenke Murat benutzt Morand vich Wien und hast du an Scherel wir haben franz Ich habe jetzt mal eins bestellt, ich weiss nicht was das ist, aber er macht es gerade frisch. Salz und Piment oder irgend sowas. Da brutzelt mein Essen. Mit einem Brot für 3 Dirham. Fleissige Köche hier. Merci. Au revoir. Auch hier haben die Wölfe draussen gewartet. Ayla ist aber alleine zum Camper zurück. Die steht da hinten beim Camper, die weiss immer wo der ist. Angie ist da schon Strassenhund, tauglicher. Der Ayla läuft zu viel und zu viele Menschen hat sie nicht gern. Dann geht sie lieber nach Hause. Und da ist gerade ein Vogelparadies. Einget zwitschert. Ich fahre jetzt ein bisschen raus aus der Stadt und komme gleich ins nächste Dorf. Und das ist so ein typisches Xar. So eine Herberge, wie man es früher gehabt hat. Oder wo die Reicheren wohnten. Ich bin weiter unterwegs nach Erfurt. Und überall über Kilometer weit haben sie jetzt Plantagen angepflanzt. Junge, also wirklich ganz viele. Die machen vermutlich denselben Fälle wie die Saudis. Die pumpen das ganze Grundwasser eigentlich weg. Mal schauen, wie lange es hält. In 10, 20 Jahren wird das wieder vorbei sein. Weil es einfach zu viel ist. Also manchmal ist es schon lustig. Jetzt hatte ich wieder eine Polizeikontrolle. Ich bin vor Erfurt und dann gleich kommt mehr Zugang. Es gibt eigentlich fast keine Abzweigung. Und dann fragt er mich, wo ich hin will. Alle gehen durch nach mehr Zugang. Der ganze Tourismus führt hier durch. Und der Polizist fragt mich, wo ich hin will. Ja, sie haben noch Laserkontrolle gemacht. Aber ich war zum Glück nicht zu schnell. Es war echt zu schnell. Ich habe jetzt schnell einen Zwischenhalt gemacht in Offus. Heisst das hier ein Vorort von Erfurt. Ich bin gerade mitten auf dem Markt gelandet. Da gibt es ganz viele kleine Händler. Jetzt habe ich nach einem Nähatelier gefragt. Und bin hier fündig geworden. Kleiner Raum. Der macht mir jetzt meinen Kissenanzug. Ein bisschen kleiner. Habe ich schon mal gemacht. Glauben Mom an. Ja, man könnte meinen, man versteht sein Handwerk. Aber man muss immer aufpassen. Da hätte man fast die falsche Seite zusammengenägt. Man muss das immer aufpassen und das prüfen. Sonst kommt es vielleicht falsch raus. Also der Bangladeschi-Moman, der hat es ein bisschen besser drauf. Der alte Mann, ja, ist nicht mehr so fit. Ich musste extrem aufpassen. Aber schlussendlich passt jetzt einigermassen da mein Kissen. Ja, ich habe ihm einfach mal 20 gegeben. Dann hat er mir noch, ich glaube, 10 zurückgegeben. Aber die habe ich ihm dann geschenkt. Ich wusste ja nicht, was es kostet. Und ja, eigentlich sehr wenig. 20 Tyran sind 2 Euro. Hätte noch wenige gekostet. Aber das ist ja schon ein super Preis. Tanken, da ist gerade eine Tankstelle. Die meisten verlangen Bargeld. Und die, die Visa oder Master akzeptieren, bei denen ist es eigentlich immer angeschrieben an der Säule, wo der Preis steht. Das ist meine Feststellung. Ich mache das immer mit der Mastercard. Und habe jetzt gerade wieder getankt. Wir sind in Erfurt angekommen. Also nicht Erfurt, glaube ich, das ist in Deutschland. Sondern Erfurt. So, ich fahre jetzt auf der neuen Strasse, die es gegeben hat. Also nicht direkt nach Merzuga. Sondern hintenrum bis zur grossen Sanddüne. Und dann fahre ich bei der Sanddüne hintenrum bis dem Sand. Und dann schöne Sandverwehungen hier. Hier muss es wohl Fossilien-Fundstätten geben. Überall sind so Fossilien-Caps. Da sieht man jetzt den Erg Chebi. Da rechts. Das erste Mal war ich ja 2017 hier. Mit dem alten Variokein 4x4-Zwillingsreifen. Und ich bin da auch im Sand gefahren. Und zwar hintenrum, linksrum. Da werde ich jetzt dann abbiegen. Und ein bisschen Sand fahren. So, da geht es ab in die Piste. Und den Luftdruck bin ich schon am Runtermachen. Der erste Tourguide hat mich schon angequatscht. Jetzt mache ich eine Pause. Und irgendwo da im Schatten bei diesem neuen Gebäude. Star Wars Gebäude oder was, weiss ich. Also in der Wüste einen Schattenplatz zu finden. Fast unmöglich. Dank diesem Neubau habe ich einen. Ich mache ja hier jetzt Pause vor dieser riesen Baustelle. Ja. Und was sehe ich oder was höre ich? Da drin ist ein Hund. Armer Kerl. Eingesperrt. An der Kette. Dazu. Ein Scheiss. Leben. Oje. Gleich zwei. Unglaublich. Okay. So, Pause fertig. Ich fahre jetzt um die Dünen. Praktisch alles rund um die Dünen. Hat irgendwer eingenommen. Kann man gar nicht dazu. Kann nicht mal hinfahren. So, die ersten Dünen. Ich habe noch Reserve Reifen drunter. Ich bin dann viel Formatel. Ich komme hierher. Äh, ich bin dann fast. Ich bin da. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Ich bin da. Ja, jetzt habe ich mich schon das erste Mal festgefahren, und zwar wegen Schräglage habe ich dann gezögert, und dann musste ich da runter, aber nur Sand schaufeln, Reifendruck noch mehr runter, jetzt bin ich wieder frei, scheisse, fängt schon gut an. So, ich bin jetzt zu Fuss gucken gegangen, das ist ein Dünenmeer, es hat zwar Geländewagenspuren, aber ob das für meinen passen wird, wenn es nämlich schräg ist, dann hat man die Hosen geschissen voll, weil er könnte ja kippen, ich fahre jetzt wieder zurück, ist sicher. Kommt gerade eine Kamelerde vorbei, heisser Sand, ich bin barfuss. Also wieder zurück, ich meine, das Zeug geht alles, aber wenn es schräg ist, das ist einfach scheisse, da bin ich dann zu schwer. Das da hier ist alles kein Problem, so abgeschafft, ein kleines Dorf, ich muss auch sagen, der Sand ist natürlich jetzt richtig heiss, falsche Zeit zum eigentlich da durchfahren, aber ich bin ja erst angekommen. Ist auch das beste, ich hoffe, es wird nicht zu deftig, ein LKW ist auch durch. Ja, bis jetzt scheint es eine gute Spur zu sein, also viel befahren und es wird immer flächer, also es ist eigentlich geschafft. Ist da ein Track durch, heute, so wie das aussieht, Spuren nach genau in die entgegengesetzte Richtung, den werde ich also nicht sehen. Der Track ist da wohl rein, keine Ahnung, hat er da gekämpft, Sackgasse, jetzt muss ich die andere Spur nehmen. Sieht gut aus, die Spuren führen alle zu irgendeinem Camp, es werden immer weniger. Ich hoffe, ich komme da irgendwo durch, aber ich habe alles eingehakt, eingezeugt. So, da ist wieder eine Hauptpiste, jetzt sieht es glaubt gut aus, komme ich da wieder raus. Gut, ich bin wieder raus, die erste Sanderfahrung hinter mir, jetzt Reifendruck wieder hoch. Jetzt bin ich wieder in Weichsand, ich musste kurz anhalten, Reifendruck runter, weil es kam so eine riesengroße Bodenwelle, da konnte ich gar nicht schnell fahren. Also das ist schon edelt, Reifendruckwerte fahren oder schnell anhalten. Das ist wie Wellenreiter. Das geht los, geht das so weiter, aber eine gute Fahrbahn. Das habe ich sogar mit dem alten Vario gemacht, ohne 4x4, Zwillingsreifen, ging auch. Ich habe jetzt hier übernachtet und habe mich noch getroffen mit diesem Variofahren und fahre jetzt weiter nach Merzuga endlich mal. Also das hier ist nicht richtig Sandfahren, weil hier kommst du auch mit Heckantrieb, wenn der Reifendruck natürlich passt. Also da bildet euch mal nichts ein. Klar kleine Dünen. Aber ist alles hart gepresst. Also gar nichts Schlimmes. Man merkt das auch. Da stehen ganz viele Camper neu an der Düne. Aber nicht Offroad natürlich. Aber auch die können hierher kommen. Camping hat wie Sand am Meer. Das hier ist Merzuga. Das Zentrum eigentlich. Und ich bin gerade dabei beim Metzger, die die Hunde Fleisch kaufen, was ich dann auch koche und mit Reis vermische. Aber ich kaufe nur Puten oder Hühner. Und sie haben jetzt Knochen gekriegt. Wir fahren wieder raus aus Segona, äh Merzuga zurück. Aber schaut euch das an. Kein Wunder, bauen sie da überall Caps hin und Logisien, Unterkünfte. Ich meine wer will sein Einfamilienhaus nicht hier haben, bei dieser schönen Kulisse mit Sand. Ein Traum. Vollverfahren. Jetzt sitze ich zwischen zwei Dünenbergen und hoffe, dass ich da geradeaus irgendwo wieder rauskomme. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Baby, you gave me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you gave me ice and fire You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh I don't wanna jinx it, baby And drink myself at the spine Don't wanna overthink it, baby Just drink your body and mine Baby, you gave me ice and fire You're giving me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly You're some kind of butterfly Baby, you gave me ice and fire You're giving me wind and rain 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 Ich bin schnell abgelaufen, ich komme da gar wieder raus. Das ist die höchste gewesen. Jetzt kommen ein paar Solche. So, jetzt habe ich mehr Schwung. Da geht es steil rauf. Also nehme ich euch ein Stück mit. Es ist eigentlich nicht so schlimm, weil die gut befahren ist. Ich muss einfach immer wegen Schräglage aufpassen. Aber auch da braucht es einiges. Ich hätte auch aussenrum fahren können. So, jetzt bin ich wieder draussen. Also da können auch Heckhandgetriebene herkommen. Die müssen sich einfach ein bisschen weghalten von den Dünen. Weil da ist richtig alles Piste. Kein Problem. So wie hier eigentlich. Jetzt habe ich eine Piste ganz innen genommen, am Rand. Und man muss einfach aufpassen, dass man nicht zum Gemp reinfährt. Weil sonst ist es abkass. Es gibt ganz viele Pisten. Aber manche führen eben zum Gemp. Die sind auch viel befahrbar. Die zwei haben eine scheiss Freude in den Dünen. Das war's. Seit drei Nächten stehe ich schon hier. Da, nahe an der Düne. Ich bin aber nicht ganz alleine. Der Karlsson. Ein bisschen abgeschlagen. Weiter hinten. Und gestern war da noch mal ein Vari-Fahrer da. Also wir waren drei Vari-Fahrer. Hatten grilliert. Gegrillt. Oder wie ihr sagt. Und jetzt wird einfach ein bisschen ausgeruhen. Also hier habe ich mich sicher fünf Nächte entpannt. Ich habe einfach mal ein bisschen Pause gemacht. Vom Reisen. War aber zweimal im Erzuga. Und konnte es dann doch nicht ganz lassen. Hatte auch immer wieder Besuch. Vari-Fahrer. Oder eben auch Ulrike und Ingo. Mit ihrem Sprinter kamen dann noch eine Nacht. Und ja. Ich bin dann alleine weiter. Und ja. Also ich hoffe es hat euch gefallen. Und Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.